. Kater Stimmung, Sofia Tomalas Vorher-Nachher-Look Sofia Tomala, 28, ist für ihren außergewöhnlichen Look bekannt. Nicht ohne Grund buchen viele Modellabels die Moderatoren immer wieder als prominentes Werbegesicht. . Doch privat läuft die Rocker-Braut nicht immer perfekt gestühlt durch die Gegend. Vor allem nach einer heftigen Party-Nacht hat die TV-Beautzie überhaupt keine Lust, sich aufwendig in Schale zu werfen. . 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 Zwei Bilder in ihrer Instagram-Story dokumentieren die Veränderung, auf dem ersten Schnappschuss posiert gekonnt, auf dem zweiten Blickt sie müde und ungeschminkt in die Kamera. Heute. 627 29 39 49 40 29 20 94 Mexikaner Später, kommentierte die TV-Bekanntheit. 869.000 Follower lieben die Berlinerin dafür, dass sie sich im Netz so authentisch präsentiert. 87 . Ich bin ein Lebemensch. Ich trinke gerne und ich esse gerne. Ich liebe Döner, Bier und Wein, erklärte die Moderatorin im Promiflas-Interview auf der Fitness-Messe FIBO. Was sagt ihr zu dem Vorher-Nachher-Bild? Stimmt im Voting ab.